so da gucke ich jetzt noch mal da kurz in die höhle oder ich fange hier unten an bäume zu fahren die bombe habe ich gerade schon ab gehst du unter wasser ich habe keine tauch sachen willst du mich verarschen bleib mal stehen willst du mich verarschen du weißt dass ich deine taucherflasche sehe ja gut das ist das einzige ja entschuldigung da habe ich eine taucher sache ich bin aber voll ausgerüstet warum soll ich jetzt wieder unter wasser gehen soll ich mich wieder anknabbern lassen oder wie ich habe mich gerade angeknabbert lassen und ich habe mich auch schon zweimal geopfert wow wie oft bin ich gestorben in den ganzen folgen die tun ja nichts zur sache apropos das gerade folge 25 die tun was zur sache so oft wie ich gestorben bin ich könnte das argument bringen dass du weniger schon bis das nico obwohl der es später dazu gekommen ist und ich bin öfters gestorben als nico ich bin da öfters gestorben aber ich werde sie so gerade in ruhe gelassen das ist schön ich nicht sicher dass du nicht unter wasser möchtest ja weil seitdem diese bescheuern ja ja stimmt kugelfische nämlich ganz vergessen die sind ja so hinterhält dich wie der hai sag halt gerade im wasser wirklich aus ob ich da wo ich lang schwimmen gefurzt habe ja da so kugelfisch explodiert und die hinterlassen noch so ein gelbes dingsbums ja so eine gelbe wolke unter wasser wie viel hält dieser vogel aus also ich würde ja sagen mehr als du stimmt auch aber das ist ja auch nichts neues mehr gefühlt hätte jedes tier mehr aus als wir aber im real life haust du den tag mit dem stein auf den kopf und es fällt dort um oder zumindest bewusstlos ich habe ihn ja da haben wir schon erinnern aber ich hatte ja schon mal so mein axel schrott danke spiel der kugelfisch lässt auch nicht locker den muss ich glaube ich klatschen wir haben noch nie einen kugelfisch geklickt so nebenbei wo ist er da kommt er das leichter gesagt als getan ich sag ja das vierste mal treffen ne dem gibst du einen hit und dann bläht er sich auf weil der zu nah an dir dran ist explodiert und wer ist ein problem naja da ist nix mit kugelfisch töten so kannst du ihn ja auch im leib halten in der zeit habe ich weiß ich nicht wie viele zeug gefahren ich habe es nur noch die hälfte voll von meinem tauchzeug ist nur noch die hälfte voll von meinem tauchzeug Oh Ach du Heimatland, geht das hier tief runter. Mich würde es nicht wundern, wenn hier auch noch eine Kiste versteckt ist. Können wir durchaus sein. Wenn du hier ohne Taucherflasche runtergehst, bist du aufgeschmissen. Ist ja auch Sinn und Zweck, das Ganze, dass man sich eine macht. Ich bin oben. Das Problem ist bloß, wenn jetzt der Hei kommt, der knabbert dich hier dreimal unter Wasser an und du stopst. Aber irgendwie, ich sehe den, ich sehe den nicht. Außerdem, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube eher, dass wir es aus den anderen Spielen mal so gewohnt sind, dass die Tiere nachspawnen. Ich glaube nicht, dass die hier nachspawnen, ehrlich gesagt. Doch. Bei der anderen großen Insel ist doch der Geier dann auch nachgespawned. Beziehungsweise der Keiler. Nee, glaube ich nicht. Oder? Du kannst es gerne testen und herausfinden. Ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt unter Wasser. Ich habe ja einen von den Viechern gekillt. Wir hatten ja nur zwei gesehen, oder? Ich habe immer nur einen Vogel gesehen. Ach so. Ja, ich hatte schon zwei. Aber zur Zeit sehe ich eh gar nichts. Äh, Schrodi-Dot gibt es hier nicht mehr. Gut. Oh ey. Oh. Schon wieder tot? Nein, aber ich bin zum Schiff gegangen. Nicht um ein Inventar leer zu machen, sondern um eine Axt zu bauen. Was habe ich jetzt? Ein leeres Inventar, aber keine Axt. Ja. Und man lag hier halt so ewig lahmarschig. Ich sag mal nix dazu, nur. Wer sei schuld? Wie war das bei meiner Minecraft-Folge gestern? Wollte mir eine Axt machen, mach mir eine Picke. Das habe ich gar nicht mitbekommen, hast du? Ja. Oder das war, wo ich mein Haus gebaut hatte. Ich wollte dann den Zwischenboden abreißen, weil der einmal zu niedrig war. Ende vom Lied anstatt einer Axt habe ich mir eine Eisen-Picke gemacht. Aber sei froh, dass du nur Eisen, nicht DIA verbraucht hast dafür. Ja, okay, ich sag mal so, bei einer DIA-Picke entschuldigt mich ohne Beschwerden. Na gut, stimmt. Äh, Haltbarkeit, oh, ist fast oft gebraucht. Gucken, ob ich noch bis da runterkomme, die Erze fahren. Wenn mich der scheiß Fisch hier in Ruhe lässt. Holten, zwei Schrott. Und jetzt wollen wir noch drei Seiten. Hä? Hier waren doch Erze. Zack. Ey, wie ist das so bescheuert, hier waren doch Erze. Und wieder kompletter hinlaufen. Also eine große Institution, auch mal gut. Ja. Ach, da waren die Erze. Oh, Lull. Ah, okay, um die Erze zu holen, reicht mein Zeug noch aus hier zum Tauchen. Vielleicht auch noch um die Ärzte mit Metallschrötter hinzusammeln. Ach, nö, jetzt ist mein Abbauwerkzeug kaputt. Oh, meint, das ist auch gleich kaputt. Fällt mir auch. Da kann ich mir auch gleich in eine Tauch aus, was zum Craft. Ich glaube, wir werden hier länger bleiben. Naja, die Hälfte unter Wasser habe ich schon abgefahren, weil es sieht halt viel aus, aber so viel ist es nicht. Ich habe aber so eine komische Koralle wieder abbauen können, woraus man wieder Essen machen kann. Koralle? Ja, warte, ähm... Ach so, dafür habe ich ja noch keine Rezept, stimmt. Silberalge. Und ich habe Hunger. Dann hol dir was. Ich habe genug im Inventar. Noch allein von der Insel. Ich habe aber die Insel im Runde, sehr gut. So, Schwimmflossen sind auch gleich kaputt. Irgendwie, da kommt ein Kugelfisch. Da schwimmt Arschloch. Hi, der bleibt nur noch beim Floß. Bin ich, bin ich, aber trotzdem, das gibt manchmal schon zu denken. Hier, zwei Seileinbolzen. So, herstellen. So, herstellen. Dann... Das da. Ich brauche wieder Kliberiditsch. Regenerieren sich eigentlich die Tiere? Keine Ahnung. Da bin ich gerade überfragt. Fünf Kliber und sechs Kunststoff. Oh, unser Kunststoff geht langsam zur Neige. Alter, was? Dafür hatten wir immer voll viel eigentlich. Ja... Jetzt nicht, ne? Das kommt halt daher, dass du erstens die Ausrüstung baust und zweitens, weil wir nicht mehr fahren. Da kommt halt nichts Neues rein. Na doch, aber das ist dann meist hinten, ne? Da ist ein Blatt hinten drinne. Ein Holz und das war's. Ich muss noch so eine Plastiflasche herstellen. Oh, da war ich auch wieder Kliber. So, die Flasche habe ich. Das sind jetzt vier zum Herstellen. Und vier, fünf, neun Stück. Ach du Scheiße. Puh. Ja, da kann ich erst einmal das Roheisen hier... Auch hier ist noch Kliber drin. Ich habe den komischen Schweineviech erledigt. Ein Schweinepriester. Äh, was hatte ich denn jetzt hier noch? Ach so, die Silberalge. Die wollte ich dir da oben rein machen. Haben wir schon sechs Stück. Was läuft denn da, was haut denn da ab? Eine Ziege? Ach das ist so eine Ziege, ja. Alles klar. So, für das den brauche ich jetzt noch 4 Seil und 5 Kliber. So, Seil kann ich soo, aber keine fünf Stück. Und einen Vogel gekillt, der mich gerade richtig dämlich angelutzt hat. Essen kann ich dann wieder hier oben lassen, ich nehme jetzt mal 20 Keulen hier raus, krass Ei, ja, Alga... Gut, ich glaube, ich habe gleich alle Bäume Ich muss halt noch auf meinen Glöbber warten, damit ich weiter tauchen kann Ich muss doch zurückkommen wegen Wasser Yo, mach das Das... ne, das brauche ich Ich glaube, die Algen brauchte ich auch für die Flasche Ne Dort hinten Gut, hier oben hatte Heike alles genug Ist okay Jo, ich hatte ja gesagt, ich war oben Können wir eigentlich Fall Damage haben oder gewissen Höhe? Ja, Fallschaden kriegst du auf jeden Fall Schade, jetzt wäre ich einfach vom ganzen Berg runter gesprungen Wollte ich auch schon Keine gute Idee Doch, es würde sogar, glaube ich, Zeit sparen, wenn ich runterspringe Und du mich einfach nur einsammelst von unten Ja gut, das schon Aber die Frage ist, ob ich dich dann einsammle, weil du so doof bist Warum doof sind, ist ja klug gedacht Naja, aber... du umgehst ja dann das Spielprinzip Was du also zählisch machen Ja, so wie wir es eh mal versuchen Soll ich nicht machen oder wie? Nö Du bist Hoster, du darfst das nicht Ne, ich kann ja wie du es immer versuchen Ich stehe aber dazu Man muss auch mal Bugs finden in dem Spiel Ist ja auch nicht falsch Aber man muss ihn nicht ausnutzen Doch Wenn es das Spielprinzip leichter macht, warum nicht? Äh, hier waren wir schon mit Abfahren Gut, dann kann ich hier jetzt gleich ins Wasser Und ich sehe nichts unter Wasser, weil es zu dunkel ist Das läuft scheiße Die Stirnlampe kannst du nicht unter Wasser anziehen, oder? Ne, dann kann ich nämlich keine Taucherflasche anziehen Ach so Aber der Mond geht unter Das ist gut Der Mond sieht aber aus wie die Erde irgendwie Hä? Der sieht so aus wie der echte Mond Den haben sie einfach nur Photoshopped und reinkopiert Also PNG Ja Ne, aber von Weitem sieht das halt Ja, ein bisschen aus wie die Erde So, naja, warten wir mal kurz bis es richtig hell ist Benni und Sila SRK55 sind bei Snapchat Okay Und interessiert mich nicht Ich frage mich echt, warum ich noch so eine kack Meldung kriege Snapchat bin ich überhaupt nicht mehr aktiv Die machen sie, damit du aktiv wirst Pff, ne Das ist ja nicht, dass du dadurch aktiv wirst In meinen Augen ist diese App der letzte Trick Vor allem da eine Person Diesen Diese App So in Verruf gebracht hat Mit seinen asozialen Verhalten Ja, den Namen darf man ja nicht nennen Sonst kriegst du von Youtube einen Strike Denke ich Weil Youtube alleine will den Namen ja auch nie wieder hören Irgendwie auf der Plattform Verständlicherweise Muss man aber dazu sagen Oh ja Du aber ganz ehrlich noch Wäre meine Tochter alt genug Okay, sie ist ja in dem Alter auf was der Typ steht Aber Hätte der das sowas mit meiner Tochter gemacht Boah Der hätte Qualen gelitten Ohne Ende Boah, ich hätte ihn so richtig langsam ausbluten lassen Ja gut, du musst dir aber auch so überlegen Willst du wirklich dein Leben wegen sowas wegschmeißen? Was ist mein Leben? Ich geh lieber in den Knast Dafür, dass ich jemanden Der sich an Kindern vergeht Das Leben schwer mache Und ihm das Leben sogar noch nehme Einfach nur um andere Kinder damit zu schützen Und auch allein meine Kinder Ja klar, aber deine Kinder haben dann davon nicht mehr viel Wenn du in den Knast gehst Ach klar, die können mich besuchen Komm, bringen wir eine Torte mit eingebackener Pfeile Passt schon Als würde das funktionieren Wobei, so ein Vlog aus dem Knast kommt bestimmt auch geil Jo Leute, ich bin im Knast Als hättest du da Internetzugang Ähm, gibt's heutzutage Du kannst ja Abschluss und alles dort nachholen Und dann kriegst du Internetzugang Für eine gewisse Zeit Und dann kannst du auch auf Facebook und sowas lunzen Die überprüfen dich zwar Sprich, derjenige, der dabei ist, der guckt dir zu, was du machst Aber ich glaub mal nicht, dass die verbieten Ey, da darfst du nie drauf Da darfst du nie drauf Da darfst du nie drauf Ich müsste meinen Bruder fragen, der saß ja oft genug ein Wobei, ich hab ja gar keinen Kontakt mehr zu ihm Hu 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 Hey Wie du dich darüber immer überfreust Ja Du, ganz ehrlich Wer den als Bruder hat, der braucht keine Feinde Mhm Wer seine eigene Mutter am Internet schlecht macht Der ist sowieso Abschaum der Gesellschaft Jut, ich hab keine Ahnung, wie lange deine Folge schon läuft Äh, uh, 22 Minuten Ja, ich beende die gleich Ich fahr mit so hier unten noch schnell ab Dann komm ich aufs Floß Arschloch, hi Und mit der nächsten Können wir dann Weiter fahren Genau Ich wollte nämlich fragen Dann machen wir noch eine Weil in 20 Minuten Geh ich kurz was essen Ja du Dann mach mal ja erst mal Warte mal Ich guck gleich mal wieviel Folge ich jetzt so oft genommen hab Und so gut können wir es auch heute beenden Weil es reichte dann bis in 2-3 Wochen sag ich mal Ich muss nur halt schnell an Land bevor ich hier angeknabbert werde Ich muss nur halt schnell an Land bevor ich hier angeknabbert werde Ihr habt noch einmal und ich bin down Wo bist du denn? Ja, gleich beim Floß Ich bin hier über Wasser gekommen Achso da Okay Sonst hätte ich dich halt holen müssen Darum frage ich es Ich war schon direkt hier an der Seite vom Floß mit abfahren Ich hab die Insel einmal umrundet Unterm Floß ist zwar noch ein bisschen was Ob man das auch mitnehmen ist die andere Frage Auf jeden Fall wir haben wieder Eisen und Kupfererz Und Metallschrott Das Wichtigste ever So eine Alge hab ich noch für dich im Gepäck Die gab es wieder gratis unter Wasser Zwei sogar Oh Läuft Ich leg mal das Holz woanders rein Und zwar Hier bei den Federn in die mittlere Kiste Okay So dann war es das hier mit der Folge